so hallo wir machen weiter bei delta ruhen ich glaube der finale kampf gegen queen steht uns kurz bevor wir sind wieder zusammen vereint wir haben noel befreit zumindest haben wir sie mit börtlich als ist jetzt bei börtlich und und so weiter aber der letzte part war waren richtig schöne gespräche aber nicht nur gespräche zwar alles mögliche eigentlich es waren coole sachen jetzt gucken wir mal wo wir hier rauskommen oh stopp das sind die zwei bücher regale jetzt sind wir hier ok nice gut dann ist doch noch nicht finale nevermind weil jetzt kann ich dann ja hier in diesen gang den ich schon das letzte mal anschauen wollte oh lol das statue of birdie is wretched in the toilet you glanced back at the bathroom door sign the sign has a silhouette of a birdie statue everything checks out okay das haben wir letztes mal verpasst jetzt haben wir es nachgeholt stabil wow oh mein gott seid ihr auch gerade leicht erschrocken dass da plötzlich einer steht das hat mich gerade überrascht hey when are they gonna be done in there warst du vorhin schon da what the heck okay okay dann können wir eigentlich weitermachen tschuldigung also 4f ach ja ja gut da kommen wir nicht dran vorbei dass wir da kämpfen müssen wobei doch kommen wir aber wo geht es jetzt weiter ich gehe ich gehe ja oh wear wear wire das ist das ding ist neu das hatten wir noch gar nicht das muss ich rekrutieren be sweet und wir machen hier einfach mal s action oh nur fünf prozent ex become more effective okay jo lol susie hat einfach mit 24 prozent richtig krass reingehauen ja okay alles klar so dann sind wir halt mal cold s action war gut und dann machst du halt r action ja easy was jetzt okay oh okay alles möglich auf einmal alles auf einmal ja okay ja cool holy shit so aber dann haben wir es jetzt denke ich dann machen wir es nämlich einmal be cold dann machen wir hier ein s action und dann müssten wir es werden können scheiße ja hat nicht gereicht aber das nächste mal dann hat nicht ganz gereicht aber jetzt so raus mit dir das hat gut funktioniert ist jetzt wieder da nee wir haben ja rekrutiert das dürfte jetzt weg sein ja ach hier war nur any wants wow dest TEw Works hey wellsie can we take this for my moon uh um that would be stealing you stole the sue selekte statue lol ok Ok, wir stehen alles. Was sind Key-Items jetzt eigentlich oder wo landet das Zeug? Das landet einfach nirgends. Ok. Jetzt der Kalender. Every page is the last month. Every day is the 25th. Ok. Also das sind ja dann die Sachen, die sich Noelle mehr oder weniger gewünscht hat. It's a bed, go to sleep? Uh, no. It's not your bed anyhow. It's a wardrobe. Also hier war dann dieses Riesenrad, ne? Das ergibt jetzt aber gar keinen Sinn. Die sind ja mit dem Riesenrad nach rechts und dann ist Susi runtergesprungen und dann war sie plötzlich links von dem ganzen Ding hier. Ok. Gut, dann gehen wir mal to sleep. Chris, what if Noelle came in here? Yeah, what if she has tics? Get out of there! Ok. Gut, wir haben die zwei Sachen mitgenommen. Ich denke, das war wichtig. I don't know. Ok. Ok. Ah, Mist. Ok. Ok, der geht hier oben nicht lang. Dann kann ich hier rein. Das ist ja alles cool. Easy. Oh oh. Oh, da ist die Fontäne. Ok, wir treffen jetzt auf Queen. Das ist eigentlich relativ ähnlich wie das Finale beim letzten Mal, ne? Auch so eine große Fläche. Direkt vor der Fontäne. There she is. Queen, stop right there. Also sie bewegt sich ja gar nicht. Ah, my sweet idiot children. You are just in time to witness my world domination. With Noelle in my possession. It is only a matter of time before her will turns. And she unleashes her power. Blanketing the world in... Too late dumbass. Noelle's with Birdly. Oh. Then who this? Oh fuck. With Birdly, but he's been... Intercepted. My control plugs are now suitable for teenagers. Now the whole family can enjoy eternal servitude. Sort of we got mostly cool laughter. Wait, then where's Noelle? Laughter becomes more cool. Oh I wonder... I actually know the answer. Enough already. Oh dear. I do sincerely quite like you two. It will be a shame to force you to serve me. An enjoyable shame. Queen blocks the way and Birdly is on. Okay. Okay. Ich kann mit Birdly nicht acten. Okay. Im Moment kann ich mit Birdly nicht acten. Group Loosen. Red Bass. Nee, 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 nee. Um Gottes Willen. Kein Fall. Throw. Duel here. Okay. Group Loosen. Mal gucken was passiert. Everyone loosens Birdly. Ah, ich verstehe. Queen. Think of the Lightners. Aren't we supposed to make them heavy? Is that not what I am doing? Oh no. Oh no. Jetzt muss ich quasi wieder gegen Birdly kämpfen erst mal. Oh fuck me. Was ist losen? Okay, wir machen mal alle einzeln. Aber das ist alles das gleiche. Okay. Ja, das macht dann keinen Unterschied. Dann kann ich gleich Group Loosen machen. Ja, okay. Äh, okay. Ah, das füllt sich jetzt. I see. Oh, jetzt hat sie da ne Wand. Queen's Acid Shield ist formend. Green is jetzt protected. Whooptoast. That glass of Acid is generating her shield. So, uh, are you gonna drink all that? No, this is all mine. You can't have it. Green sips from her Acid. Each day they spend hours worshipping a glowing rapture. Our screens of funny animals and candied games. Oh Gott. Okay. Ah! Ah! God dang it. Ah, jetzt hat sie also ein bisschen getrunken. Wenn sie, ich glaube aber, wenn wir jetzt defenden, dann trinkt sie nicht weiter, ne? Ich defend jetzt trotzdem mal eine Runde, dass wir TP aufbauen. Wir brauchen TP. Okay. Ich denke, jetzt trinkt sie nicht, ne? Oh mein Gott. Ich renne überall rein. Ja, sie hat nichts getrunken. Ach, scheiße. Ah. Ah, dann machen wir erst mal Dual Heal. Dann kannst du sie zumindest toasten. Wir hatten jetzt, als sie uns geheilt, ist gar nichts passiert. Ja, das hat jetzt einen weggesetzt. Oh Gott. Verdammt nochmal. Ach, jetzt hat er erst gehealt. Ah, okay. I see, I see. Never mind. Ich habe nichts gesagt. Now the refuge they take in the screens will slowly fade. Sheesh. Das ist deutlich schwieriger als der erste Boss. Also der erste Endboss vom ersten Chapter. Okay, jetzt toasten wir mal wieder. Dann sollte die Wand zumindest weg sein. Ja, Wand ist weg. Well, then who will help her? Her strange and sad searches. Who will answer them? Okay. Okay, so. Jetzt kann man wieder hier, ähm... Co-Blusen machen. Was anderes scheint dir nicht zu helfen. Verdammt nochmal. Aber das ist jetzt... Oh, das dauert so ewig. Jetzt sind wir bei 45% erst, ne? Is what I wondered until the Knight appeared. Wer ist dieser Knight? And created this wonderful world of darkness. Das ist die Frage. Wer ist dieser Knight? Da sind wir sehr, wirklich sehr gespannt. Oh mein Gott! Was? The skyline echoes with wiggle laughter. Wir müssen weiter, äh... Co-Blusen. Now the path is clear. All I have to do is expand this dark world. Nein! Nicht schon wieder. Oh mein Gott! Ich hasse alles. Jetzt ist Well Seed Down, den ich... Oh nein! Das ist noch mehr! Wirst du mich foppen? Aber ja, jetzt ist Well Seed Down, den ich jetzt eigentlich hier Dual Heal machen wollte. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Susi hat jetzt auch einen Heal-Zauber, ne? Wir gucken mal, ähm... Wir toasten einmal mit Queen und sie kann jetzt, glaube ich... Ah, das geht nur bei 100%. Scheibenhonig. Dann zurück, dann machen wir die Fend. Vielleicht? Vielleicht nicht. Ähm... Eine Runde halte ich schon durch. No one will have to suffer anymore. Oh Gott, es kombiniert die ganze Scheiße. Ah! God dang it. So, okay. Ähm... Jetzt kann ich mit Susi auf jeden Fall das Heal-Ding machen. Chris kann jetzt toasten. Ja, und sie soll jetzt einmal Ultimate Heal. Ich bin gespannt, was passiert. Well Seed. Wow, Spork like a Retrusie. Queen sips from my acid. Susi cast Ultimate Heal. Oh wow, zwei. Ah, Susi, das üben wir noch. Ich dachte, das Ding ist besser. Ja. Es sagt, jeder kann in meiner perfekten Mansion leben. Wofür haben wir es denn? Und sie kann toasten. Und das war's. Ei, 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 ei. Ich muss besser heilen. Ich muss das Heilen besser nutzen, dass wir keine Items benötigen. Stop resisting and welcome the new age of darkness. Vergiss es. Oh ne, jetzt ist er wieder dran. Ach, scheiße. Ich dachte gerade, ich habe vielleicht ein gutes Muster, aber es hat noch nicht funktioniert. So. Act. Gruptos, wir müssen schauen, dass wir diesen Scheiße wegbekommen. Aber wie oft die das wieder machen kann. Oh Gott, das wird anstrengend. Schön TP aufbauen. Nicht getroffen werden, Mann. Aber alle halten auf jeden Fall noch was aus. Weiter Gruptos, dann sollte das weg sein. Ja, Wand ist weg. Zack. Ich hoffe, die macht das nicht noch drei Millionen Mal. Ah, jetzt kommt die Scheiße. Ich meine, es ist gut zum TP aufbauen, aber ich werde leider getroffen. Ach, Gott, verdammt nochmal. Ähm. Dual Heal brauchen wir auf jeden Fall jetzt. Ganz wichtig. Und sie kann halt einmal losen. Zumindest einmal. Und ansonsten müssen wir halt heilen. So, aber das Dual Heal ist super wichtig. Das ist das Beste. Also, dann heilen wir, dann losen wir halt immer nur kurz, aber wir heilen uns immer vorher hoch. Why did you want one? No. Wow. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Jetzt kombiniert sie die Kacke. Shish. Okay, so. Jetzt können wir zumindest endlich mal wieder Grup losen. Ab dafür. Wiggle Laughter. Nein. Kann ich irgendwie verhindern, dass die es voll macht? Oh Gott. Ist das dein Scheißernst, Queen? Das sind drei Toast, die ich durchbringen muss. Drei Stück. Oh, Chris geht's gar nicht gut. Guys, I think I drank too much of this battery acid. H is three and up. Ja, dann hört auch auf damit. Nein! Hat's Chris wieder erwischt? Es hat Chris wieder erwischt. Ich muss jetzt erst mal wieder Dings machen. Nein, kann ich nicht, weil ich nur TP 32 habe. Ah, das ist schlecht. Dann müssen wir jetzt erst TP aufbauen. Das hilft nix. Und Welsi muss einmal eine zumindest heilen. Und zwar Chris. Die anderen sind ja okay. Die anderen sind ja fein. Wir brauchen gerade keine Mega-Heilung. Wir brauchen nur Chris-Heilung. So. Hauptsache nicht getroffen werden. Das wäre alles. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Jetzt können wir wieder Grupp-Toasten. Zack. Einmal noch. Nein. Schwitz. Okay, Grupp-Toast und dann ist die Runde durch. Und wir haben auch wieder genug TP für Dual-Heal. Sehr, sehr gut. Das war frech. Green's Acid Shield ist down. Okay. Und Birdly ist fast gelost. Äh, also fast frei. Ja, Internet ist down. Alter, ey. Zum Glück schlechte Verbindung gehabt. Boah, ist das ein langer Kampf. Ey, wenn ich den versaue, ne? Dann muss ich alles nochmal... Habe ich gar keinen Bock drauf. So. Birdly müsste fast weg sein. Das heißt, wir können jetzt einmal... Äh, Dual-Heal machen. Das ist mir gerade viel lieber. Und mit Susie können wir loosen. So, Birdly sollte jetzt frei sein. Ne, hat noch nicht gereicht. Scheiße. Doch, hat gereicht. Not bad, you foolish children. What the? What are you doing? Why isn't my control wire working? Thanks to my comrades' kindness, their mercy. Now, it's time for me to take my freedom. Queen, you may have mastered the number three. But can you stand up against four of us? Running simulation for the number four. Hmm. You are definitely going to kick my ass. Unless... Oh no, what that? Oh, ja, genau. Toodles. Wait. Wait one nanosecond. You, you. Cover that. You, you. Alice. Birdly? Haha, just now was nothing more than simple bravado. The truth is that wire already absorbed all of my succulent energy juices. Birdly, hey, hey. Birdly, are you okay? Everything getting dark. Only... Only a kiss from a beautiful gamer girl can save me now. Birdly? What? Like, get your, like, losing consciousness and stuff, but could you speak up? Ah, sorry. Suddenly, I, I, I'm feeling a bit better. Hey, that's a relief. Well, I got to hurry and save Noelle, so later. Ah, dear Susan, so enigmatic in her ways. But I can read her heart, Chris, like a health meter. And it's beeping for love. Haha, well enough, Tales, Chris. Good luck. May the smarts not be with you. Hat der sich in Susi, also Susi, what the heck? Okay. Okay. Speicherpunkt. Überhaupt kein Text, ne? Ja, okay. Und man sieht auch, ich glaube, wir sind hier soweit durch. Es ist alles... Ach so, es gibt eine weitere Seite. Ja gut, ich hab nix gesagt. Oh, wir haben die Infos gar nicht gelesen, ne? Zu den anderen Dingern. Aber warum sind da manche Sachen nicht freigeschaltet, obwohl wir ja alle haben? Das muss irgendwas, weiß ich nicht. Aber das hat man bei keinem. Bei überhaupt keinem hat man das. Na gut. Na gut. Chris, your deep concern for me is Dick's trows. But stay and grind, my fellow Bluebird. I'll find some way to help you yet. Okay. Also wir sind immer noch gegen Queen. Na, das war jetzt hier erstmal der... Sozusagen die Befreiung von Birdly scheinbar. Aber wir sind auch gerade mal 24 Minuten im Part, also da geht noch ein bisschen was. The Night. Ich wüsste aber echt gerne, wer das ist. Ich frage mich, ob wir das jetzt schon erfahren. Oder ob das der Plot Twist bleibt. The Rowing Night. Today, it deend to create this world. Reaching its long hand to the sky. It cursed its will into its blade and made thrusting the fountain from the earth. Unfortunately, the world they created is trapped within the confines of the library. If only we had a way to make more darkness, we might be able to cover the whole world. That is when I realized this power, this power of the will, this power of determination. Is this not something that all lightness possess? If one was simply determined enough, could not anyone make a dark fountain? So then, if the night has taken its leave, then I will simply make a new one. Oh no, 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 no. Noelle, honey darling, sweetie gravy. How do you find the giant hand? Great, and how do you feel about world domination? Wow. Oh, ouchy mama. Susie, you came to save me. Somehow, I knew you would. You did? I mean, I am, well. Wait, 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 wait. You need to get out of here, hurry. Huh? Oh no, 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 no. Sie klingt etwas größer. Ja, moin. Queen? Seems that you failed to notice. The giant freaking robot in the middle of my palace. This isn't good. She's invincible like this. Huh? She's been breaking about her final form all day. Hey. You think rowing a few inches is going to help? Yes. Whoa. Are we cool to take over the world now? Susie, let's just give up and... Hell if we're giving up now. Susie. So what if you got another form? We've got one too. Chris, well, see, come on. What are you doing? This is our ultimate. Wait a second. Now that you mention it. Oh no, it appears I am evenly matched. I hope you won't mind if I don't hold back. Das hat ja gut funktioniert. We are falling. Anybody ideas on how we're getting out of this one? We could try flapping our arms. Fear not. Unite in glow in the dark armor is here. Wer kommt jetzt? Wer kommt jetzt? Bördli? Bördli könnte passen. Ist eigentlich der einzige, den ich mir gerade vorstellen kann. Aber wir haben noch gar nichts mit der Widerstandsgruppe. Helfen die uns vielleicht noch? Okay, nein, Bördli. Bördli? Mit der Wird! Beide! Alle zusammen! Yes! Ich hab doch... Ich hab mir schon gedacht, irgendwann müssen die auch noch wiederkommen. Chris Susie, my energy is still too low to help you fight. So I found help for you. Behold, comrades! On your quest against Queen, you've made all sorts of buddies, right? Using our junk-making skills, we modified everyone. To work together. I shall also take credits for this. Oh, yes! Oh, yes! Gibt's das nur, wenn man sozusagen den peaceful Weg wählt? Weil ansonsten wäre ja hier kein einziger in dem Ding, wenn man alle umlegt, ne? Okay, jetzt bin ich, jetzt bin ich mega gespannt. The ultimate group project. With a splendid base. Flashing lights. Happy bravery. Mere noise. My energy. Squeak noise. Tender loving care. Fresh cooking. Organisation. And most of all, whatever this thing is, is. Finally, avert the opponent. What the heck is going on? Giga Queen blocks the way. Und wir sind jetzt einfach ein Sword. Ähm. Giga Queen. Mercy ist durchgestrichen. Was heißt, das muss ich jetzt kämpfen? Sword Mode. Power up each hit. Better dodge. Salfix. Heals 100p up. Also ich kann nichts machen. Aber scheinbar kann ich dann auch nicht sparen. Ich muss diesmal angreifen. Sehe ich das richtig? Sollen wir einmal den Spare probieren und gucken, ob das irgendwie auflädt? Die Zeit für die Worte ist vorbei. Jetzt ist die Zeit, um zu kämpfen. Oh nein. Ah, das ist wie mit diesem anderen Kampf. Okay. Ja, okay. Verstehe. Das ist wie mit diesem anderen Kampf. Ich denke, dann kämpfen wir jetzt wirklich mal, oder? Wenn ich kein Mercy machen kann. Vielleicht kommt es ja später. Dann kämpfen wir eben. Haha, just kidding. I totally will keep monologuing as I kick at your face. Ach, come on. Ich bin zu schlecht, ne? Alter. Das war nicht gut. Press A or B to hit Queen after she attacks. Ja, after. Genau. Das ist der Punkt. Defend will lieber mal eine Runde. Her own will, her own determination. Ah, das ist die sowas hier. Okay. Okay. Das war einfach. Wir defenden mal weiter, dass wir ein bisschen TP aufbauen. Ich kann hier trotzdem angreifen, wenn sie sozusagen Dings macht. Focusing into her blade, she will create a Neo-Dark-Fountain. Then another, then another. Wird sie nicht. Ach, komm. Ah, ich, 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 ich. Okay. So, ich kann mich heilen, ne? Act. Heals 100 HP für 20%. Better Dodge für 25%. Power up each hit. Nein, wir machen erstmal Heilung. Das ist wichtiger. TP-Cost increased. Ah, okay. Ich kann es nicht immer wieder machen. Then when the whole world is covered in darkness, she and everyone can live in bliss, free of fear and suffering. Ah, easy. Ah, ich kann sie nochmal treffen. Habe ich gar nicht gecheckt. Okay. Oh, nach unten kann man auch dodgen. Ah, gut zu wissen. Wie viel kostet Heilung jetzt? 30%. Ich verstehe. Better Dodge? Ah, wir, wir defenden mal. Why don't you help me too? Ja, vergess this. Create the world of your dreams. Also my dreams. Okay, langsam habe ich den Rhythmus raus. The night is young for fighting. Ich denke, jetzt können wir wieder richtig angreifen. Ah, naja, fast. Susie? Bro, just let me courage up you and you can have as many Skateboards as you want. Ich verzichte dankend. Nice. Oh, jetzt wird sie in den Rage-Modus gehen. Round 2. What the heck? Queen's Attacks got tougher. Oh, das ist schlecht. I guess. Aber das kann ich auch. Sword Mode, nämlich power up each hit. Damage grows until you miss. Okay. And Chris, my dearest Toosie, you can have as many. Ah, ja, was will Chris eigentlich? Okay, I don't remember what you liked. Sehr gut. Ah, shit. Ah, das hat ja nicht so viel gebracht. Okay, aber ich, ach nee, ich hab immer noch das Ding drin. Okay, cool. Na dann gehen wir mal weiter in der Runde. Nice. Hey, was there a third guy? Ah, jetzt hab ich gemisst. Okay. Susie measures the controls trying to punch more. Ja, das hab ich auch gemacht. So. Heilen wir uns mal wieder, würde ich sagen. Kostet jetzt halt 30. Ich hoffe, das wird nicht noch teurer. Ah, es wird noch teurer. Okay, ich verstehe. Join me and all of you will become super strong and cool. Nee. Meanwhile, I don't need to improve because I'm already perfect and can shoot lasers from my fancy glass. Okay. Ah, shit, ich dachte, ich kann schon draufhauen. Ah, das war dumm. Das war dumm, ich dachte, ich kann schon draufhauen. Ja, okay, einfach angreifen. Oder defenden, um TP aufzuladen. Aufzuladen. Ah, nee, begreif man. Naja, das war daneben. Ach. Was kommt denn jetzt? Aua. Das kam unerwartet. Okay. Wie viel kostet eigentlich jetzt Heilung? 40. Ey, wird es immer 10 mehr? Schlecht. Better dodge. Ist das nur für eine Runde oder was ist das? Wir müssen es mal ausprobieren. A dodge enhancing hour fired up. Okay. Time for words is over. Now is the time to fight. Oh, der hat mal schon den Text. Nein. Mist. Ah, das war wieder doppelt getroffen. Scheiße. Well, the advice is to dodge, then counter punch. Ja, das ist ja mehr der Plan gewesen. Okay, wir müssen defenden. Damit wir wieder... Oh, es sind nur 40. Ich brauche 40. Scheiße. Ja, das haben wir doch schon gelesen. Mann, die macht es zwar zweimal. Nochmal defend. Ah, ne, jetzt hätte ich genug gehabt. Scheiße. Ah. Oh, das war superschlecht. Fuck my life. 39 Minuten. Na, komm, einmal probieren wir es noch. Jetzt wissen wir ja, wie es läuft. Jetzt komme ich ja auch viel schneller in die zweite Phase. Ja, easy. Daneben habe ich es egal. Okay. Noch eine Runde. Nice. So, das war's schon. Das war's schon mit der ersten Phase. Nice. So, jetzt habe ich das auch gecheckt. Ja, also jetzt läuft es ja viel besser. Holy shit. Dann können wir jetzt eigentlich auch mal Sword Mode aktivieren, ne? Ich denke, das läuft ganz gut. Ah, shit. Nein, oh. Habe ich nicht gerade gemisst? Das ist ja immer noch aktiv. Okay, dann ist mir das recht. Weiter im Programm. Scheiße. Ja, aber wir haben sie gleich in der zweiten Phase. Da waren wir noch nicht bisher. Und ich habe noch nicht einmal geheilt. So, dritte Phase. Also, der Text ändert sich nicht. Hä? Ach so. Jetzt habe ich es verstanden. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich es verstanden habe, aber jetzt habe ich es kapiert. Gut. Ah, daneben ist egal. Nein. Ah, Mann. Wenn es hier einmal in dem Rhythmus ist, dann kommt man so schnell nicht mehr raus. Da muss man aufpassen. Soll ich noch einmal? Ja, nee. Wir machen mal Heilung. Ah, jetzt geht das los. Oh, das kenne ich noch nicht. Das war frech. Okay. Aber das läuft jetzt ja deutlich besser als beim ersten Mal. Holy moly, wie schnell wir sie runterbekommen haben. Na ja. Nicht so oft getroffen, aber immerhin auch nicht so oft selbst getroffen worden. Na, egal. Hauptsache, Schaden gemacht. Nein, zu bald. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Nice. Nein. Ach, Mann. Okay, schnell heilen. Ich mach da so viel Quatsch, ne? In dieser Phase. Die hat nicht mehr so viel Energie. Also, Selfix. Zack. Gut. Sehr gut. Der fehlt ja gar nichts mehr jetzt, ne? Ich würde fast zur Sicherheit noch mal heilen. Ganz ehrlich. Ich würde zur Sicherheit noch mal heilen. Ist mir lieber. What your fighting machine's true purpose is to get your own ass trashed. Ja, genau. By me. With my final attack. Ja, genau. Jetzt hab ich gedacht, dass da noch was kommt. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier ordentlich klarkomme. Ich hoffe, ich hab genug Energie dafür. Ah, shit. Ab dafür. Okay, das reicht wohl. Battle power dropping. Overheat activated. Listen well. You may have defeated me. But I still possess one thing. You three will never have. Detachable hands. Ah, das hat uns auseinandergenommen. Noelle. Noelle. Darling. Honey. Sweetie. Gravy. Take the pin I gave you and step the earth, creating our new supreme empire. I, 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 what's wrong, Noelle? I know it would make you happy. Or should I, with the last one person of my battery, crush Susie into eight bits? Eight bits. Eight bits. Leave. Leave. Leave Susie alone. You think listening to you makes me happy? No, I'll never be happy, not if I'm controlled by you. Why can't you understand that? Noelle, perhaps my computations were miscalibrated. Noelle, disregard me and with your own power, choose the world that makes you happy. Queen? Queen? Queen, are you okay? Seems she ran out of battery power. Guess we can seal the fountain now, right everybody? Everybody? Queen, she said, choose the world that makes you happy. I don't want to live in a world ruled by her, but if that wasn't the case, I wonder if this world wouldn't be so bad. Huh? Susie, don't you think so too? I, um, now that you mention it? Chris, isn't this world just better? We make so many friends here, you know? I've never had an adventure like this before. With axes and battles and magic. Where everything can be healed with a little spell. And no matter what happens, no one tells us what to do. Gosh, yeah. So even if things were really scary just now, I mean... So is there any reason not to? Not that I can think of. Me neither. Then, Noel, let this be my real apology. Concentrating my will into this blade. I will make a new fountain. And unleash a bright future. A future that shines for us. A future whose brightness is born from darkness. Stop? What? In the world are you all doing? Well, we thought... Stop! I mean... Stop! Do you realize what will happen if you do that? I will just... You'll bring the roaring. When the light is subsumed by shadow. When the fountains fill the sky. All will fall into chaos. The titans will take form from the fountains. And envelop the land in devastation. The surviving darkness crushed by the darkness. Will slowly one by one turn into statues. Leaving the lightness to fend for themselves. Lost eternally in an endless night. Is that your idea of paradise? Oh damn! I did not know that. You didn't. But your whole plan was to... I'm just a computer LMAO. I don't know everything. I was just guessing based of the night's actions. Why the heck hell would I want to end the world? Well, that's a relief. I'm sorry. After everything, I just caused trouble for you again, Noelle. That's okay, Bertly. I understand. You cannot calculate other people's feelings. You understand how I feel? Not really, LMAO. I just don't want Noelle to be sad. Well, I'm glad you two kind of get it now. Guess we all made a pretty sweet team in the end. Can you let go of us now? Oh yeah. Susie. Hey, you stood up to Queen. Not half bad. Really? Yeah. Just guess you gotta wake up soon, huh? Huh? Everything got so intense. I forgot it was a dream. Then I just hope I get to have more dreams like this. Hey, Noelle, when you wake up, um... Well, I just wanted to say, um... Well then, I suppose it's time for you all to exit. I will miss each of you. Noelle, your unneeded honesty. Susie, your foolish bravery. Chris, your chill vibes. Berkley? It doesn't have to be goodbye, Queen. Chris can take you back to our castle town. You and all our recruits can live there. Oh. Deleting tender goodbye, Pontaxe. All right, time to do what we came here for. Hey, Noelle. If you see the wheel, Susie, just... Just know that maybe she's... Look, she doesn't have a tail, okay? Haha, okay, I got it. Let's just go, Chris. How does she just throw away? Okay, we're here again. We're here. That's what we've already done. In Chapter 1. The second fountain, which we're saving. Chris? It looks like we're here again, huh? The warring knight. Whatever they are, they are making these fountains. But is that really a bad thing? Since they started showing up, everything's gotten a lot more interesting, hasn't it? Well, we don't have to think about that now. Chris, it's your turn. Okay, I can't do anything, but he'll do it automatically. It was if your very soul was glowing. And it's the same music as it was. And it's the same music as it was. And it's the same music as it was. Oh, it was a dream, wasn't it? Huh? A dream? That was all a dream? Of course, that must have been a dream. Such feelings, such thoughts, oh sweet lady of justice. To think I would ever think Susie would be... Susie? Susie, what are you doing here? You invited us to study, remember? Oh right, I... What's studying with them? Well, heavens to yikes, they are... Well, I guess we could try it. My alarm? Ah, I'm going to be late for my shift with Miss Boom. Oh no, how is it that late already? Well, adieu everyone, I must gather my book longings. Ah, how I love the texture of freshly picked up books. Now let us hasten, my dear Noelle. Good day Chris, Susie. Bye Chris, and um, bye Susie. Um, see ya. She cooked at him tail. What, are you looking for something? No, 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 nothing, bye. The heck is her problem anyway. Way to treat someone who just saved the world. Chris, hey, wait a sec. Chris, we, we just actually saved the world, didn't we? Damn, we really are heroes. And no one even knows. Guess it's better that way though, right? People tweak out if they knew the world's in danger. Though, kinda sucks Noelle has to forget too. Whatever, let's get out of here. Looks like the library state of art public laptop. Someone left it on. The closet is spacious and full of old electronics. A large person could easily fit inside. Also, mir ist klar, wir haben noch nicht alles gemacht. Wir haben noch nicht dieses collectible Zeug gemacht, ne? Dann müssen wir noch gucken, dass wir diese blauen Dinge irgendwo finden. Aber vielleicht geht das auch erst danach. So im Late Game. Various posters talking about internet safety. You suddenly thought about how your name might have been different. If the poster with that orange cat was still on the wall. It's full of many backup devices like extra mice, extra keyboards, or extra maracas. It's a computer. A dolphin's screensaver is averting some kind of malware. It's a computer. Someone tried to check their email, but the internet is down. Ja, its internet war down. It's a recycling bin. Looks like someone accidentally printed off a lot of useless emails. It's a trash can. You get the feeling it doesn't have any friends. It's hard to explain why you feel this way about a trash can. It's a computer. The monitor is flickering brightly. It's a computer. The monitor is flickering brightly. Okay. Computer, the monitor is flickering brightly. Okay. Ja gut, dann haben wir hier glaube ich alles gesehen. Before you left, you gathered up everything in the room. No reason to go back in there. Na eigentlich halt doch. How to care for a human. It's a book for monsters on how to care for humans. Look inside, look in the back. What? There are photos of unfamiliar humans inside. You shut the book quickly. Okay. Back. According to the card in the back. Looks like your mother took it out repeatedly many years ago. It's book one about souls. Read it. Read. The soul has long been called many things. The fond of our compassion. The source of our will. The container of our life force. But even now the true function of it is unknown. Okay, ich kann nicht weiter. I love reading books. Especially the books upstairs. I tried. Book of magic tricks. Most of them require orbs of floating hands. Lord of the Hammer. First in the award-winning fiction series by loaded historian Gerson Boom. There's a book here. You click the page. It's a little bit. Was? Flavor text. Someone's diary. Okay. Oh no. Someone else's has been taking out my diary. Oh no. They are printing a review in the paper. Oh no. I'm being highly acclaimed. There's a cool drawing of an ice cube wearing a headband. The teen zone where teens can be kids. A feeling of immense relief washes over you. Okay. Okay. Can I here also do something else? No? Okay. Okay. Man, it got late, didn't it? Guess you should go home, huh? All right, you don't have to say it. Don't wanna walk home by yourself, huh? Well, if you're gonna make me, I guess. Let's go. Aber, also, Lanza is noch da drin, und... Können wir über die Schule zurückgehen? Okay, wir können die Schule zurück. Tammy! Okay, hier ist nichts. Aber können wir jetzt nochmal hier oben zurück? In unsere Welt? Okay, never mind. We can. So, this is your castle town. It's not bad. Chris, Susie, on behalf of everyone I oppressed. Thank you. I am going to be a wacky roommate now. Chris, I bet you have a lot of people to talk to, but you don't have to do everything at once. Save and take a break anytime you want, okay? Yeah. Die Frage, die Frage, die ich mir nur gerade stelle, ist... You thought about how you can't go back to the cyber world anymore. You consider this carefully. We're going to be a new file. We're going to be a new file. Oha, jetzt haben die hier ihr Dings aufgemacht. Ja, also das müssen wir uns alles noch angucken. Haben wir einiges zu tun. Na, jetzt sind hier, genau, jetzt sind hier die Kollegen. Hier ist nach wie vor nichts. Hier könnten die Mäuse rein, theoretisch. Society hat immer noch einen Abflug gemacht. Ja, okay. Ich muss jetzt aufhören, ich muss ins Bett, holy shit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sind sowieso bei einer Stunde fünf, uiuiui. Das war jetzt ein kompletter Queens-Final-Part. Dann denke ich, brauchen wir noch einen Part, um hier das ganze Zeug abzufrühstücken. Und dann brauchen wir definitiv mindestens noch einen Part, um diese anderen Sachen zu machen. Mit diesen blauen, weiß ich nicht, Chess-Dings-Teilen. Ich weiß noch nicht, wie man da rankommt, aber wir werden es rausfinden. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.